Plättag Sicherheitsfahrgerüste verfügen über das GS-Zeichen der Bauberufsgenossenschaft. Das Fundament bilden Fahrbalken, die mit Lenkrollen ausgestattet sind. Die Fahrbalken werden paarweise mit Grundriegel und Geländer verbunden. Die horizontale Ausrichtung des Fahrwerks ist einfach. Die Aufsatzleitern werden durch Federstecker gesichert. Diagonalen und Rückengeländer sind selbstsichernd. Die Arbeitsflächen werden mit Systembelägen hergestellt. Bordbretter vervollständigen dann den Seitenschutz. Die Vorgaben der Aufbauanleitung sind unbedingt einzuhalten. Die Vorgaben der Aufbauanleitung